Das Leben schreibt viele Geschichten. Doch welche erzählt, wer ich bin? Wo findet sie statt? Gibt es ein Happy End? Wer spielt eine Rolle? Wo führt der Weg hin? Wenn das Leben ein ewiger Kreis ist, wo sind dann der Start und das Ziel? Wir drehen unsere Runden, kein Anfang, kein Schluss. Ein endloser Kreislauf. Ein unfaires Spiel. Musik Und jeden Tag einen Tag älter. Musik ein 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020